Willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal und heute mal wieder Skywars auf dem Gommelserver Oh ne Enderpearl, you're nice Alter ne zweite Enderpearl Alter Und ich hab hier ne Spitzhack gekriegt, die Diamanten bauen Ich muss mich nicht beeilen Sonst passiert es mir ja Dass vielleicht gleich irgendwer rüberkommt So, dass wir in die Videos schwirren machen Hallo Hallo Ist schon wieder in der Mitte Ne, okay Okay, ich geh jetzt erstmal gleich in die Mitte Und zwar Jetzt Und Äh Ja Da wär ich jetzt in der Mitte und Wow Alter Was war denn das Alter, die ihr Pusht Was war denn das Da hat sich wer Alter, da hat sich irgendwo wer Drunter Mit ner Enderpearl so Hingeworfen Ist dann nebengekommen Oh Hallo Gleich ist er weg Tschüss 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 Alter Da hat er sich noch irgendwie gerettet Wir schmeißen ihn richtig fies runter Oh schade Hallo Ja Tschüss So Hier gibt es auch noch nice Sachen Ich werde immer die ganzen Sachen looten So Jetzt bin ich voll dir Und das ist auch ganz schön nice Jetzt hier noch mein Schwertverzauber Knockback Schatten ist 1 Knockback 1 Das ist nice Aber ich glaube der war gar nicht AFK AFK Ich glaube der war gar Was Wow Und dann hat er nichts getan Als ob Hä Hat denn der nicht Hat der denn nicht aufgepasst Alter Wow Also wirklich So Da wären wir jetzt auch schon in der zweiten Runde Und Ich hoffe ich bekomme Dolle Items Na Enderpearl Schon wieder nice Oh Da bin ich fast Die Steaks vergessen Wilde So Wie sind die Die Aber ich glaube Oh scheiße Oh Ups Ich habe kein Schwert Na ja egal Gehe ich jetzt in die Mitte Hooray Hallo Ist hier schon wer Ja scheiße Da ist wer Bitte renn nicht nach So Jetzt habe ich wenigstens etwas Unbedingt Tidigen Kann So Dann nehme ich das Die ganzen Kisten abgebaut Ja Ja Cool Und der hat nichts drin gelassen Hallo Ist er noch da? Schade Oh was Was war denn da los? Alter Ach nein Der hat Schneebälle Da brauche ich erst Gar nicht hingehen Der wirft mich Ich glaube ich doch sowieso runter Mann Hallo Ich glaube der Der könnte keine Schneebälle haben Aber der hat so gutes Equip Den kriege ich glaube ich Oh der da Der hat nicht so gute Sachen Ja ja jetzt schon Okay Das sind grad Ne Der hat jetzt War das der? Ne Ne Alter Den könnte man jetzt richtig gut runterwerfen Werfen Werfen Ich hoffe mal Ich hoffe mal Dass der keine Schneebälle hat Oder eine Angel So Oh Bei dem ist hier jemand Ja okay Dann Alter Es liegt noch sieben Spieler Ja jetzt ist er dort Oh Alter Junge Du bist krass Der Tim Tim Gamer PvP Alter Du bist Du bist krass Du bist krass Was soll er da Oh er fast bridged in Skywars Er no shifted in Skywars Und er ist runtergefallen Alter Alter wow 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 Alter Warum muss man das doch auch in Skywars machen Da soll er doch in Bad Wars spielen Ich sollte er was essen Oh was mit dem da Der hat der gute Sachen Da ist er doch Hallo Alter gegen den habe ich doch keine Chance Ja egal das war es jetzt mit dem Video Lass doch gerne eine Bewertung da Über ein Abo würde mich auch freuen Und dann würde ich sagen Tschüss